so also heute machen wir die haupt quest weiter lasst uns mal vor das tor gehen und da mal hin teleportieren wir haben ja letztes mal diesen kürbiskopf boss gegner besiegt und jetzt sind wir quasi hier wir müssen jetzt mal hier durchgehen hatte manchmal mal gerade hier das das streamfenster kann ich irgendwie pausieren ja so okay weil das irritiert mich sonst wenn mein game zweimal nicht mehr oder dreimal nicht mehr läuft einmal vor mir einmal rechts in obs und einmal links oh gott wer sind das äh äh i don't know what to do ouch muss ich den pullen muss ich den kiten alter ach so ich habe keine ich habe keine ausdauer that's my problem aber ja die ballern halt alle hier ne ouch jo das meine ich das meine ich yikes hat er mich erwischt okay 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 muss man kurz zu denen hier laufen dann schießt mal okay dann haben wir manches pferd nochmal holen ja okay lass uns dann mal hoch zu dem da rennen so damit man den besiegt haben und dann nochmal den da Fleisch. Ist er tot? Okay. So, weil den haben wir das letzte Mal ja auch auf dem Pferd. Eigentlich. Oh Gott. Daneben geschlafen. Oh nein. Jikes. Das war mein Pferd. Ich würde gerne aufstehen. Okay, danke. Ja, ich konnte nicht aufstehen. That was my problem. Okay, wie gehen wir an die Sache ran? Also wir haben den Fetten und wir haben diese Bogenschützen im Hintergrund. Im Prinzip können wir den Fetten... Also den Fetten müssen wir eigentlich mit dem Pferd machen. Allerdings können wir hier theoretisch auch... Äh, die Wölfe uns rausholen oder nicht? Okay, okay. Jetzt blocken mich meine eigenen Wölfe, Alter. Ich hasse... Das gibt es doch gar nicht. Ich hänge komplett fest. Ich kann mich nicht bewegen. Äh... Yo, Alter. Okay. Wir müssen erst die da killen. Okay. Ich komme nicht weg. Ja, da kommt der Typ schon. Alter, Witzger. Ich komme nicht mehr weg. Hau ab. So. Den haben wir. Jetzt krabbelt er. I don't wanna krabbel. Die sind eigentlich mit zwei Schlägen sind... Alter. Da hinten ist immer noch einer. Ähm. I can't shoot a arrow. So. Jetzt. Okay. Meine Wölfe sind halt weg. Oh Gott. Ich habe den Bogen ausgerüstet. Okay. Er schlägt nicht. Ja, ich muss den Typ da oben killen. Das sitzt alles nix. Boah, das hasse ich, dass man so lange gestunnt ist, nachdem man einmal getroffen wurde. Jetzt holt er sein Schwert aus. Okay. Äh. Ich habe keine Tränke mehr. Ich habe keine Tränke mehr. Jikes. Okay. Der Plan ist folgender. Wir müssen da reingehen. Wir spawnen die Wölfe, oder? Ja, Wölfe sind halt schnell. Das ist halt geil. Ich meine... Wir probieren es mal mit den Typen. Moment. Aber wo kann ich so? Hier. Dann aufs Pferd. Und dann losreiten. Meine... Mein Geld holen. Kommt er nicht durch? Hm. Einer. Zwei. Und nochmal Gas geben. Den haben wir. Da war keiner mehr. Ich weiß nicht, was hier liegt. Irgendein Scheiß. Ah, die haben halt auch Fackeln was Geiles. Ich häng fest. Ich häng fest. Ich häng fest. Boah, das Game ist so skrupellos, Alter. Ich habe keine Ausdauer mehr. Einmal einen harten Schlag. Und nochmal einen harten Schlag. Pferd gut. Au. Au, 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 au. Mein Pferd. Oh, der ist gestunt. So viel draufhauen, wie es geht. Drei. Und noch einen harten hinterher. Komm. Jo, der war gut. Jetzt müsste er sein Schwert raus holen. Oh Gott. Ja, macht er. Aber komm, wir kriegen ihn. Wir kriegen ihn. Yes. Kein Haltrang verbraucht. Nur ein bisschen Mana. Aber sonst. Aber sonst ging es. Boah, das Pferd ist halt schon Gold wert. Hier ist ja sonst nichts mehr, oder? Ich meine, ich hätte da hinten noch ein paar Leute gesehen. Aber ich kann es auch nicht beschwören. Hier irgendwo. Nee. Noch da. Okay. Ah, Gras. Hier kämpft einer. Ah, Gras. Sturmhügel. Oh Gott. Ah, ich hätte den killen müssen erst. Egal. Wir sind ja auf dem Pferd. Und außerdem haben wir unsere Boys noch dabei. Eine Ausdauer. Ei, ei, ei. Ausweichen. Ich bin so gut auf dem Pferd. Ich bin so gut auf dem Pferd. Ei, der hat mich erwischt. Okay, jetzt haben wir sie. Noch keinen Haltrang verbraucht. Ist eigentlich ganz gut. Fußsoldatenkappe. Die gucken wir uns mal an. Hat ein bisschen mehr Gewicht. Aber sonst alles besser. Gut. Oh, das war ich. Müssen wir uns halt merken, dass hier jetzt so ein Typ immer steht mit einer Tröte, falls wir sterben. Und das... Goldene Saat. Ist das nicht das für Heiltränke? Spawn die immer an goldenen Baum. Ah ja, okay. Goldene Saat. An einem goldenen Baum. Also müssen wir wahrscheinlich für... nach goldenen Bäumen Ausschau halten. Wo bin ich denn jetzt hier genau? Ich muss weiter nach... nach da irgendwie. Ist halt die Frage... Hier ist es ein wenig bindig. Aber ist die Frage, ob... Oh, ist eigentlich schon richtig. Ah ja, ich sehe es. Okay. Ich sehe die nächste Raststätte. Ah, da ist auch irgendjemand. Weiß nicht, ob ich hier sitzen soll. Lass uns mal setzen. Ich meine, unten die haben wir ja besiegt und eigentlich... müssten wir ja da hinkommen. Ich habe noch 2600. Zauberlernen kann ich natürlich auch nicht, weil... mir Weisheit fehlt. Ich muss Weisheit skillen für unseren ersten Skill... äh, ersten Spell. Da sitzt jemand drin, aber ich will erstes da oben looten. Steinschwert-Schlüssel. Alle wurden verpflanzt. Sie kamen mit mir. Sie kamen mit mir. Sie crossen die See für mich. Sie kämpften. Sie kämpften. Für mich. Nur um ihre Arme zu haben. Ihre Legen zu haben. Auch ihre Hände zu haben. Sie haben... ...zurem. Sie haben... ...zurem. 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 Weitlich sitzen. Okay. Klingt sehr britisch, die Alter. Ja, bin ich. Oh, jetzt habe ich übersprungen. Asche der Geisterqualle. Genau. Okay. Gut, jetzt kommt immer noch selber. Ähm... Ah, Bettler. Jetzt muss ich da nach links. Wahrscheinlich hier durch. Und da rein. Holy Guacamole. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen, bevor wir da hingehen? Lied auf der Gestrandeten. Wo war das nochmal? Lass mich überlegen. Ja, genau. Hier wollte ich hin. Steinschwertschlüssel. Ah! Nicht genug Steinschwertschlüssel. Was? Ich habe doch einen Steinsch... Ich habe doch einen Steinschwertschlüssel. Läger, willst du mich zerwaschen? Moment. Äh. Ne, nicht Herstellung. Inventar. Steinschwertschlüssel. Steinschwertschlüssel. Nicht genug Steinschwertschlüssel. Ich werde anscheinend noch mehr Steinschwertschlüssel brauchen. Ja, okay. Dann... Dann brauchen wir gar nicht hier hin, sondern wir können... Falsche Taste. Dann können wir... Ich meine, hier haben wir noch den Bossgegner. Hier ist aber auch noch irgendeine Quest. Aber die geht keine Ahnung, wohin. I don't know. Lass mal hier weitergehen. Ich meine, hier hinten haben wir uns hier umgesehen schon. So, wirklich noch nicht. So, und jetzt sind wir durchs Tor. Ich meine, hier haben wir irgendwas. Hier haben wir einen See. Ja. Lass uns mal hier weitergehen. Und dann schauen wir, was uns noch so passiert. So. Wir müssen jetzt theoretisch nach da links rein. Was aber nicht geht, weil... Wir erst hier hoch müssen. Jetzt weiß ich auch, warum das hier Sturm... Wie heißt das hier? Sturmwind? Nee. Das Pferd heißt Sturmwind. Alter, die haben Bomben. In your ass. And they touched my ass. Oha, der hat geblockt. Ich hätte ja gerne mal eine neue Waffe irgendwie. Was habe ich da hinten eigentlich markiert? Ah, das war der, ähm... Das war der Baum. Beziehungsweise der Zauberlehrer. Und die Frage, was man hier alles noch so finden kann. An bösen Monstern. Was haben wir hier? Angriff versuchen. Ähm... Wir können auch mehr Spieler nochmal aktivieren, damit wir uns solche Dinger sammeln. Ich glaube, für jeden Boss, den man besiegt, kriegt man... Kriegt man diese Materialien, die man braucht, um andere Spieler herbeizurufen. Wo laufe ich hier hin? Da hinten geht's irgendwo anders lang. Nee, ich glaube, hier wollen wir noch nicht hin. Wir müssen erstmal in die Burg. Was ist da? Vorsicht vor Gruppe. Okay. Wir können aber doch hier lang, oder? Ich will ein bisschen vorsichtig sein. Ich will irgendwas glitzern. Das ist so ein Vieh. Sollen wir erstmal das hier lesen? Zeit für dies. Stiller Verbündeter links versuchen. Ah. Ei, 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 ei. Ist er tot? Oh, fuck. Jetzt hab ich, jetzt hab ich, jetzt hab ich was Böses gemacht. Autsch. Oh, man. Boah, ich wollte weglaufen. Also die mit den Schilden halten echt viel aus, wenn die Block... Oh, okay. Ich wurde jetzt quasi aus der Welt rausgesaugt. Sturmfuß-Katakomben. Also mit dem haben echt viele Probleme, hab ich das Gefühl. Hör mal auf, das Ding. Lol, der hat ein Schildgröten-Panzer als Schild. Oh Gott. Ha. Oh Gott. Digga, der ist gleich tot. Achtung. Ich bin so gut. Ach so. Ich dachte, der schlägt. Achtung. Wirbel. Und nochmal. Ich hab gestunnt. Ich würde ja gern mal... ...meine... ...meine Super-Attacke machen. Lass das mal ausprobieren. Moment, Moment, Moment. Fuck. Das hat mir wehgetan. Wah, ich hab ihn damit gekillt. Crazy. Das war schon sehr gut, oder? Unbogen. Krummfinger-Medizin. Ob ich jetzt wieder auf mein... ...auf mein... ...auf mein Pferd komme? Inmitten der... ...angreifenden Gegner-Horden? We will see. Ist halt die Frage, wer ist der mit der Trompete? Der da. Lass mal Materialien sammeln. Da ist aber noch einer. Hier sind Vögel nur. Ich muss ja nur den... ...bei der Trompete... Oh. Bei der Trompete erstmal erwischen. Oh Gott. Ei, 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 ei. Haben wir. Da sind Vögel... Was ist da? Ein Schädel. Was ist das? Ah, noch ein Schädel. Okay. Ich bin jetzt... ...hier. Okay, wir müssen da vorne durchs Tor. Da wird wahrscheinlich ein neuer Speicherpunkt sein. Noch können wir unsere Superarmee rufen. Was ist hier für ein Hinweis? Keine hineinstürmen voraus. Okay, der möchte damit wahrscheinlich sagen, dass ich erstmal chillig bleiben soll. Es ist halt die Question. Erstens schöner Anblick. Das sind wie viele? Eins. Also einer mit... Boah, ich müsste den mit Speer, glaube ich, als erstes killen. Oh. Alter, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Okay. Ja, hat der funktioniert. Jetzt können wir das Feld von hinten aufräumen quasi. Es ist halt nur die Frage, wenn ich den kille, sieht der mich. Ja, tut er. Oh Gott. Alter, ich bin so dumm. Achso, Blutfrag berühren. Ha! Okay. War da links nicht noch einer? Ich habe zwei Lebensbalken gesehen, oder nicht? Falle voraus. Richtig doof. Na egal. Also jetzt haben wir eigentlich alle erledigt. Auch ohne unsere Geisterboys zu rufen. Ich frage mich jetzt nur, was es hier noch so kommt vor. Ah, da liegt was. Was ist das? Klumpenfleisch. Ich höre irgendwas. Ah. Okay, leck mich am Arsch. Lecko mio. Ne, ich würde sagen, wir sind hier gut durchgekommen. I like. Goldene Rune. Jetzt bräuchten wir nur noch einen. Das habe ich gar nicht gesehen, dass hier so ein Ding steht. Was ist das? Ah, hier kann man nicht mit dem Pferd rein. Digga, was ist denn das? Das sieht aus, als würde hier irgendein fetter Stein oder so runterrollen. Gut. Warum immer Mist? Also da kommt auf jeden Fall irgendeine Scheiße gleich runter. So. Wir müssen jetzt Weisheit skillen. Stufenaufstieg. Ähm. Weisheit. Oh, wir sind erst bei sieben. Okay, lass uns mal ein bisschen Weisheit skillen, damit wir unseren ersten Zauber, ähm, auswählen können. Ach so, warte mal. Was war denn mit dieser Asche, die ich habe? Asche der Qualle oder was? Ähm. Kriegsasche? Ne, da haben wir nur die beiden. Was war Asche der Qualle dann nochmal? Da muss ich, glaube ich, ins Menü rein. Ausrüstung. Äh. B-b-b. Asche der Qualle. Geisterqualle. Ruft eine Geisterqualle herbei. Guck mal, was die so kann. Also bisher bin ich von den, von den Bauernboys am meisten. Oh Mann, sind da viele Blutflecken. Und da ist auch so ein Spawn. Okay, hier kommt ein Bossgegner. Gut. Lass uns mal gucken. Muss ich das aktivieren? Ja. Herbeirufungsservice ist jetzt aktiviert. Dann würde ich sagen... Zauberer. Hier wird irgendeine Scheiße kommen. Oh Mann. Der sieht ein bisschen... verwachsen aus. Marget, dem Grausamen. Okay, okay. Erstmal ein Schild rausholen. Yikes. Ähm. Die Qualle wird mir helfen. Okay. Jetzt kommen wir nochmal in Haltrang rein. Macht eine Wirbelattacke. Da kommt irgendwas. Kommen wir nach vorne. Jö. Ja. 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 Keiner. Zwei. Und er wirft nochmal ein Schwert. Jetzt kommt was? Ei. Eins. Zwei. Okay, jetzt. Hammermäßig. Sehr gut. Der Zauberer ist gleich Riff. Ei. Okay, das ist mies. Der macht da noch einen Schlag dann hinter. Einmal heilen. Alter, der macht meine Quale kaputt. Ah, der macht mehrere Schläge. Nochmal ein heiles rein. Bam. Alter. Oha, warum hat das so viel Schaden gemacht? Ich habe keine Ausdauer mehr. Fuck, bin zu. Spät ausgewichen. Oh. Nein, 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 nein. Okay, das habe ich kaum gesehen. Okay, also, bei manchen Attacken macht er mehrere Dinger hintereinander, was ja schon mal krass ist, weil, ähm, bei dem einen wirft er so ein Messer und danach schlägt er nochmal. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Ähm, Schutzschild ist eigentlich ganz gut. Schutzschild ist eigentlich ganz gut, aber natürlich, wenn ich mein, äh, Dings verliere, dann habe ich ein Problem. Die Quale, Quale war jetzt eigentlich ganz geil. Ich glaube, die hat so Blutungsschaden oder so gemacht. Diesmal gehen wir mit dem, mit dem Zauberer. So. Ah, da kommt die Scheiße schon geflogen. Ich will erstmal... Dagger. Dagger! Was habe ich gemacht? Digga, er macht irgendeinen Emote, anstatt einen blöden Ruhm zu holen. Okay, Zauberer. Eins, zwei, drei. Und blocken. Sehr gut. Einmal ausweichen. Ja, guck, da macht er nochmal den Dolch hinterher. Eins, yes. Ich muss weg, ich muss weg. Eins, zwei. Oh, da wollte ich das Schild noch hochholen. Jetzt kommt einmal der Hammerschlag. Er geht nach rechts. Und weg, weg. Oh, fuck. Der ist schwannig. Hm. Kleine Haltung rein. Oh, oh, ah. Der Hammer. Das war mein Schild. Ah, guck, der letzte. Letzter Halt dran. Fuck. Nein. Da, ich. Hm. Hm. Man kann nur einmal Boys rufen. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich hab mit links, also erstens war ich irritiert, weil hier mein, mein Dings angegangen ist wieder. Ich mach das mal hier weg von Twitch. Ähm, und dann hab ich quasi, wollte ich mein Schild auswählen, hab's aber weggesteckt, anstatt es rauszuholen und hab dann Blocken gedrückt, was dann irgendeine andere Attacke war. That's why I, I died. Dann lass uns diesmal die Wölfe, also der Typ hat jetzt nicht viel gebracht, der hat kaum Mana gekostet, aber da ich ja eh kein Mana verwende für irgendwas, ist es eigentlich unnötig. Deswegen releasen wir mal die Wölfe. Und gucken mal, wo unsere Seelen sind. Ah, oder wie auch immer das heißt hier. Brune. Da haben wir sie wieder. Ich hab kein Schild in der linken Hand. Äh, einmal Schwanzhieb. Das wollte ich blocken, hab ich aber nicht geschafft. Das ist ja da hinten. Eins, zwei, drei. Und noch ein paar da hinterher. Das kann ich mir einmal trinken, bitte. Ein Bolt ist tot. Eins, zwei, drei. Jetzt kommt noch einmal der Hammersprung. Hat er mich erwischt? Digga, rennt doch nicht so zu ihm hin. Das ist doch kein echter Spieler, oder? Der ist ja dumm wie Brot. Also mach ich das ja immer gleich. Alter! Noch mal trinken, bitte. Okay, boy. Das war zu früh. Ja, da macht er ein Schwanzhieb. Also die Attacke ist mir zu krass. Margit? Margit. Margit, Margit. Die Wölfe fand ich jetzt auch nicht so krass, muss ich sagen. Wir probieren es mal mit der Armee. Wenn es mit der Armee nicht geht, würde ich nochmal mit der Qualle gehen, weil der Run lief, glaube ich, bisher am besten. Okay, let's go. Oh, boys. Eins, zwei, zwei, und weg. Da kommt einmal ein Schwanzhieb. Eins. Alter, das ist doch wack. Hm, den hab ich verdient. Einmal trinken. Jetzt kommt einmal ein Hammer schwingen. Digga, das hat mich gekillt. Okay, aber die Armee scheint sehr gut zu sein gegen den. Das wird unser To-Go-Ding, weil die Armee ist bisher immer... Also auf die Jungs ist Verlass, muss man sagen. Achso, warte mal. Ich kann jetzt ja hier so ein Flakon reinmachen. Dann hab ich hier einen Heiltrank mehr. Warte mal. Flaschen. Eine Ladung der Flasche. Purpur-Tränen wurde hinzugefügt. Flaschen verstärken. Heilige Träne brauch ich. Ja, okay. Also Mana brauch ich ja jetzt noch nicht, weil ich kann ja noch keinen... keinen Zauber machen. Ich frag mich, ob ich... Wie viel Schaden macht denn die Axt nochmal? Welches Level... Ah, die ist einfach nur 123 plus... Also 143. Und das macht... Viel mehr. Okay. Ja, hab ich jetzt halt nicht aufgewertet, ne? Ich werd ja... Ich werd ja so ein... So ein Hybrid-Fighter werden, glaub ich. So ein bisschen zaubern. Bisschen hier, bisschen da. Immer... Immer was halt so grad passt. Okay, die Boys stehen im Weg. Einmal mal ein Zeug holen. Ja, 21. Okay, wenn er... Wenn er den lang auflädt... Ich bin gleich schon wieder tot. Das war ein bisschen wack. Das war ein bisschen wack. Leute, das war ein bisschen wack. Da hätte ich jetzt nicht sterben dürfen. Aber ich glaub, der ist nicht so schwer. Also da werden wir nicht so lange hängen wie an einem Ritter. Wobei der Ritter ja eigentlich noch viel leichter war. Ich muss halt nur rausfinden, wie er geht. Aber ich glaube, so ist es bei den meisten, äh... Dingern. Was ist, wenn ich jetzt schon reingehe? Muss ich auf ihn warten? Okay. Äh, links. Digga. Ich will dann nur die Sachen da. Alter! So, jetzt kann man den dreimal schlagen. Eins, zwei. Und jump. Jo. Oh, krass. Weiß ja nicht, wie ich das gemacht hab. Nein. Nein. Jo. Kommt der Hammer. Oh, die Boys sind tot. Was macht er mit dem Hammer? Ich weiß nicht, was gegen die Attacke machen soll. Weil die... Die haut mich echt aus den Socken. Ah, okay. Ich wollte ihn stagern. Ich wollte ihn stagern. Ja. 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 Was ist das nochmal? Hölt kurzfristig die Runenausbeute. Maka Magic. Sakhil. I'm a loser, Baby. Gast lässt sich nicht herbeirufen. Wagner. Chris. Ah, Maka Magic kommt. Dann nehmen wir noch Zauberer Rogier dabei. Und. Dann let's go. Kann ich natürlich die Dinger nicht, meine Typen nicht spawnen. Dann kommt Zauberer Rogier. Do it. Oh, da kommt Schwanzhieb. Ah, den konnte ich blocken. Der geht nach links. Ausdauer, Ausdauer und Schilden. Der wird gestaggert. Okay, da kommt die Dinger herstaggern. Einmal Schlag und ausweichen. Autsch. Alter, der Zauberer Rogier. Oh, fuck. Oh, nein. Also, der Zauberer Rogier ist besser, als die Spieler, die einem helfen. Das ist ja schon mal eine geile Sache. Okay. Aber sehe ich die Dinger jetzt trotzdem? Man muss es jedes Mal machen. Man hat nur ein paar Versuche. Okay. Dann lass uns mal, lass uns mal zwei, äh, Boys sammeln. Der Biggie. Wen haben wir hier noch? Der hat auch ein großes Schwert. Mumsi. Ein Samurai. Warum lassen sich manche Gäste nicht herbeirufen? Vielleicht wollten die schon woanders. Jambalaya. Krummfinger, Biggie. Wie macht man hier so... Ich weiß nicht, wie man solche Emotes macht. Ich dachte, wenn man hier über dieses Feld streicht... Oh, was hab ich jetzt gemacht? Ich wollte kein Screenshot aufnehmen. Hm. I don't know. Riven. Das lässt sich nicht herbeirufen. Kaito. Kit. Also hier sind ganz schön viele Leute, die sich nicht herbe... Gast wird herbeigerufen. Okay. Ich sehe ja schon scheiße aus gegenüber den anderen. Aber dann let's go. Wo ist denn der andere jetzt? Da ist er, okay. Gut. Oh, ich hab meine Seelen vorher nicht eingesammelt. Fällt mir gerade auf. Oh Gott. Und ich springe anstatt auszuweichen. Hat er eigentlich gerade einfach die Attacke gewechselt? Okay, das war ein Schwanzsieb. Den hab ich verdient. Können wir mal hinter ihm bleiben. Ah, der springt halt weg, wenn man... Wenn man zu viel hinter ihm bleibt. Sehr gut. Wir zingeln ihn. Ja, das war nochmal ein Schwanzsieb. Hab ich aber gut geblockt. Da ist der erste schon tot. Okay, das war so ein Schwanzsieb. Okay, da kannst du angreifen. Da muss ich mir mal einen Hörbel reinhauen. Okay, das waren nur zwei. Ja, die Attacke ist so mies. Das meinte ich vorhin. Sehr gut. Der macht auch nicht so viel mehr Schaden, als wenn man ihn normal schlägt. Okay, jetzt kommt ein Hammer. Auf mich? Nee, auf ihn. Oh, der hat getroffen. Nein! Noch ein Heiltrank. Der hat keinen mehr. Ich hänge fest. Ich seh gar nichts, was der macht. Nee, ich glaub, ich bin besser dran, wenn ich nur einen hole mit dem Biggy-Typ. Okay. Eigentlich voll waste, hier die Sachen, die Flocken dafür rauszuhauen. So, wir holen uns aber, wir holen uns einen Typ und holen dann uns hier den Zauberer. Weil der Zauberer ist besser als die Mitspieler. Das haben wir schon mal gemerkt. Phase 2 ist halt das Üble. Phase 1 ist easy. Phase 1 ist, haben wir schon gebacken gekriegt. Und die Seelen brauche ich jetzt eh nicht mehr holen, weil ich habe meine verloren. Zum Glück habe ich vorher noch gelevelt. 20 Heap. 5 geblockt. Nochmal geblockt. Achtung, ein Tänzer Schlag. Yo. Boah, der Zweite. Achtung. Bam. Jetzt gleich kommt der Hammer wieder. Boah, er bleibt doch stehen. Einmal Hammer schwingen. Bam. Hammer schwingen. Macht da noch was? Das war, das war dumm. Damien, mach keinen Scheiß. Achtung, er springt nochmal. Yo. Oh Mann. Ah, und jetzt macht er nochmal den Hammer hinterher. Ich finde kaum, ich finde kaum mehr Fenster, wo man ihn angreifen. Alter. Ich finde da kaum mehr Fenster, wo man ihn angreifen kann am Ende. Sobald er den Hammer hat, muss man glaube ich super vorsichtig spielen. FFG. Mit freundlichen Grüßen. Also der sieht krass aus. Kann aber hier keinen mehr rufen. Ähm. Ähm. hm I don't know what to do. I don't know what to do Man kann halt die Level von denen nicht sehen Give him Latika Oh ne War Kid nicht voll schlecht? I don't know Ähm So Oh Gott Hier haben wir auch noch ein paar Die sind bestimmt krasser, weil die weiter hinten sind Akmer Wrexalot So, ich würde gerne hier durchgehen Der Zauberer Rogier, der ist schon Der ist schon krass Hm Gute Idee, was können wir denn für Items benutzen vielleicht Den hat Giftbelastung bauen wir nicht Aber wir haben noch diese Schussdinger Verbraucht FP Erzeugt eine fächerförmige Gravitationswelle Die habe ich doch auch da drin, oder? Warte mal Ah, hier Okay Kommt da jetzt einer, oder? Ich würde gerne anfangen Das ist Sebastian So sieht er auch aus Rotes Rufzeichen berühren Alter, was hat er denn für Waffen? Der hat einfach zwei Sensen Hat er sie noch alle? Okay, let's go Noch mal einen Schlag Soll, wer springt denn da so hoch? Klar, wenn man an seinem Schwanek ist hinten dran 300 Damage Alter, was ich alles kann Zauberer Rogier blockt alles Okay Ich weiß nicht, wie ich da ausweichen soll Ich weiß nicht, wie ich da ausweichen soll Er one-hitted mich einfach! Er one-hitted mich einfach! I don't know what to do! Okay, wir machen wieder unsere altbewährte Taktik, würde ich sagen. Wir holen den Zauberer, gehen rein und entzünden unsere Boys. Okay, wo sind die Boys? Wow! Okay! Hala! Also, die erste Hälfte ist easy, einfach! Also, gegen die Attacke weiß ich nicht, was ich da machen soll. Soll ich vielleicht nach vorne ausweichen? Ich bin so dumm, Alter! Gut! Gut! Ich muss dann warten! Oh! Oh! Oh, ich hab gar nicht geblockt! Schade, ich dachte, ich krieg den Block noch raus! Dann war ich zu lahm! Oh! Vielleicht doch! Long-term die Quale versuchen! Weil die Quale macht, glaub ich, so Blutungsdamage. Ah! Ah, das war der Schwanzzieg! Was ist denn? Oh! 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 Ich bin immer zu gärig. Das kommt der Hammer. Oh, sehr gut. Hälfte haben wir. Fuck. Nein. Der Zauberer darf nicht sterben. Okay, er greift so die Qualle an. Alter. Nein. Oh, Gott. Oh. Now I have a problem. Fuck. No. No. Trink. Nein. Ich habe keine Pfeile mehr. Okay. Ich kann keinen Schlag mehr aushalten. Und ich ficker, ich hätte den killen können mit einem motherfucking Bogen und ich habe keine Pfeile mehr. Alter, wie kann man denn so viel Pech haben? Oh, ich muss mal gucken, ob ich noch Pfeile habe, äh, Pfeile craften kann. Feuerfeil gefiedert. Zehn Stück. Was ist das? Also, fürs Pferd. Hiervon können wir noch welche herstellen. Das ist eher für Gift. Sonst können wir nichts machen. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie das Schwert. Wir werden es auch mal mit der Streitachse probieren. Aus dem einfachen Grund, weil ich damit diese Attacke machen kann, die so die ganze Zeit auf ihm rumschwingt. Und wenn ich hinter ihm stehe, könnte ich mir vorstellen, dass es ganz gut ist. Dann muss ich so. Okay, bringt aber halt auch nur was. Okay, die Attacke ist geil. Trinkt aber auch am besten nur was, wenn ich... Wenn er in der zweiten Phase ist, meine ich. Nicht, wenn ich in der zweiten Phase bin. Nein, ich habe zu lange gebraucht. Dann mal weg. Yes. Danke dafür. Warum hat... Ich habe geblockt. Oh nein, der Ruki ist tot. Da weiß ich nicht, was ich machen soll. Das habe ich bisher noch nicht rausgefunden. Nein, 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 nein. Fuck. Komm, Quale, schieß. Ist er tot? Ich glaube, ich habe ihn. Talismanbeutel. Talismanbeutel. Äh, nicht Objektherstellung. Ich hatte auch noch Pfeile. Also, ich hatte auch noch Pfeile schießen können. Zehn Stück. Ähm. Talismanbeutel. Erhöht die Anzahl Talismanplätze. Talismanplätze. Zur Herstellung von gesprungenen Töpfen nötiger Behälter. Das sind alles irgendwelche Sachen hier. Aber danke an den Zauberer, der mir so tatkräftig... ...unterstützung gegeben hat. Weisheit wollen wir. Oh, zwei Level können wir machen. Wir brauchen Weisheit auf zwölf. Für den Zauberspruch. Und dann können wir diese Dinger da ballern. Ähm. Ne, was brauche ich... Heilige Träne brauche ich noch. Okay. Gut. Weiter geht's. Dann haben wir mal den nächsten Boss bekämpft. Und es hat uns nichts gebracht, dass uns andere Boys helfen wollten. Sondern wir mussten auf uns selbst vertrauen. Und auf die Macht der Qualle. Oh, ich dachte gerade ein Drache kommt, ey. Mann. Ich seh schon geil aus. Bin schon ein richtiger Knappe. Aha. Hier scheint's runter zu gehen. Wo auch immer es hingeht. Was war hier? Achso. Schwanz suchen. Das war ein bisschen homosexuell. Aber, ja. Was war das? Ist da gerade was langgekrabbelt? Ah, ne. Das war... Okay. Kumpfinger Medizin. Alles klar. Ist das ein Aufzug? Ja, ist das ein Aufzug. Digga, ist das hoch? Wer braucht denn so hohe Mauern? Oh. Wie geht's denn da hin? Also erstmal... Gibt ja manchmal auch so Geheimgänge, ne? Wenn einer von euch... Boah. So einen Geheimgang kennt. Dann einfach tell me. Feuerfett. Das ist bestimmt für Feuer... Kam ich da raus? Digga, wo bin ich denn jetzt? Jetzt komm ich hier. Keine Ahnung mehr. Vorsicht vor. Zu hoch. Oh. Es schreckt mich der Geist da vorne. Dann kann man wieder runterspringen. Ich meine... Was soll uns passieren? Wir haben ja hier einen Spawnpunkt. Warum ist hier ein Blutfleck? Hier ist denn der gestorben. Also ich lügte da. Ich weiß nicht. Okay. Hm. Trinas Lilie. Braucht man das? Achtung, Lügner. Todes voraus. Was mit dieser Wand passiert? Frage ich mich erstens. Und zweitens... Wie kommt man da hinten hoch? Und wenn man da hinten hochkommt... Also man wird wahrscheinlich da hinten irgendwie durchkommen. Mein Pferd kann ich hier nicht rausholen. Von da oben runter? Ja. Ja. Von da hinten runter. Okay. Gut. Dann werde ich jetzt hier lang müssen. Um wieder hochzukommen. Das ist so witzig, dass man jetzt springen kann in dem Spiel. Okay. Rechts ist abgeklärt. Links ist jetzt hier quasi gleich dasselbe, oder? Das ist ja da, wo ich... Also hier. Moment. Moment. Ja. Ich werde wahrscheinlich hier irgendwo durch müssen. Da rein. Ja, der ist begonnen, ja. Wer ist das? Ich bin befleckt, ja? Alter, was hat der für einen Hals? Ja, verarscht der Typ mich jetzt, oder verarscht der mich nicht? Guck mal, voll die Love Story. Verarscht er mich, oder verarscht er mich nicht? Ich vertraue ihm einfach mal. Man muss den Menschen auch mal vertrauen können. Aha. Oh. Oh Gott. Ich drücke immer die falschen Knöpfe. Warum gibt es jetzt hier eine Herbeirufung? Grunenfragment. Finger versuchen, aber Loch. Zauberer voraus. Ich meine, hier kann man nicht... Man muss hinten runter gehen. Ich höre irgendwas. Also hier sind Leute gestorben. Und hier können nur Leute gestorben sein, wenn jetzt hier ein Gegner kommt. Digga, hast du sie noch alle? Was ist das denn für ein Assi? Digga, der hat einfach so Klingen an seinen... Also das Ding ist, da vorne ist so ein... Hier sowas. So, da geht's hoch. Aber wir wollen noch nicht da hoch. Weil, was gibt's hier noch? Okay, ich will mich verarschen. Dann laufen wir mal hier rüber und probieren mal darunter zu hüpfen. Weil da war ja noch so ein Bird. Bird, Bird, Bird. Bird is a bird. Eie. Nein. Uff. Gut, dass ich nochmal rollen konnte. Jetzt hab ich ihn. Sturmfalkenfeder. Ähm. Ich muss ja jetzt hier runter laufen. Genau. Bolzen. Müssen mich verarschen. Dafür laufe ich jetzt hier runter. Bird, Bird, Bird. Bird is a bird. Ja, okay. Hei, 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 hei. Okay, okay. Hier bin ich runter gehüpft. Dann kann ich hier wieder hoch. Noch so ein Bird. Mehr so Birds, die uns verarschen wollen. Ich konnte den halt nicht von hinten drosseln. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, es sind drei diesmal hin. Heilung. Dagger. Dagger. Nee, da gibt's keine gute Belohnung, wenn ich mich jetzt um die kümmere. Vor allem muss ich jetzt da hinkommen, ohne dass ich sterbe. Pizzadrache. Eiei, ei, ei, ei. Oh Mann. Oh Mann. Ich hab echt Glück, dass ich eine lang, äh, langreichweitige Reichweitenwaffe habe. Oh Mann. Der Letzte hätte ja irgendwo treffen können. Oh. Scheiße. Hau mir, glaub ich, noch den anderen Heiltank rein, weil... Das ist ihm einfach ein Grund. Ich muss jetzt erstmal in eine... Ah, da liegen sie ja. Wenn ich wüsste, wo die anderen beiden herkommen. Die kommen vom... Da oben sitzt einer. Okay, da waren es noch zwei. Fuck. I'm dead. Oh, wie englische Väter. Nein. Fuck. Heilung. Schmiede Stein drei. Heilung. Fuck. Ich hab keinen Heildranken mehr. Katzenrassen aus. Ich mein, ich hab den Schmiedestein jetzt bekommen, aber jetzt liegen meine Runen wieder da. Ja, und ich muss jedes Mal diese Adler killen, um da wieder hinzukommen. Naja, jetzt kommt ja hier auch noch einer. Also, wenn ich die eine Attacke blocke... Wir haben noch nicht mal immer Loot. Wenn ich die eine Attacke blocke, kann ich eigentlich... ...ja, das war natürlich blöd. Nein. ...ja, den hab ich. Ich bin tot. Oh Gott. Ich bin da hinten. Ja, den krieg ich auf jeden Fall wieder. Meine Frage ist, ob da jetzt noch was anderes liegt. Weil die Schmiedesteine hab ich bekommen. Because it don't seem so. Ne, die Schmiedesteine hab ich bekommen. Lass uns zurückgehen. Ich glaub, die jetzt sind ja oft genug gekillt, die Viecher. Ähm. Stufenaufstieg können wir haben. Weisheit. Oh, noch ein Level. Noch ein Level, dann können wir den Zauber benutzen. Unseren ersten Zauber immerhin. Dann können wir unser Mana wenigstens mal verwenden. Dann müssen wir uns drum kümmern, dass wir bessere Waffen tragen können. Lederschild. Oh Gott. Warte, die sind noch alle. Oh Gott. Das war wack. Das war auch wack. Hast ihr sie noch alle? Das kann ich nicht bewegen. No front, aber das kriegen wir besser hin. Dreht der sich auch mal um? Ja, okay. Der dreht sich auch mal um. Fuck. Ich schlag doch daneben, wie so ein Ochse. Ich kann nichts machen. Wenn ich wüsste, wie lang mein Schwert ist, dann hätte ich es ein bisschen leichter. Okay. Ihr Kapuzen-trächtigen Typen. Also. The question is, how far can he see? How far can he see? Hier nimmt das? Tja. Da staunt ihr, hä? Ihr kleinen Lappenlöcher. Oh Mann. Bruder! Warum macht das Feuer keinen Feuerschaden? Ja, was? Wo geht der hin? So, das war mein letzter Fall. Hm. Mal gucken, wann wir dem begegnen. Da sitzen so ein paar Burschis. Warum leuchtet das hier so blau? Warum ist eigentlich nie was in Kisten drin? Was steht denn da für ein Schachmeister? Vorsicht vor Faller. Faller unten oder Faller oben? Das ist ein fetter Axtmörder. Das ist die Frage, ob geht der jetzt links rum oder geht der in mir vorbei? Und das sind doch Fässer, die explodieren oder nicht? Hakenkrallen. Yo. Brauche ich wahrscheinlich... Nee. Was können die? Schnellschritt. Ich hätte gern zwei davon. Ach, jetzt habe ich sogar zwei davon. Lol. Habe auch so zwei davon bekommen. Dann lass uns mal der Hakenkrallen-Mann sein. Hier sind voll viele gestorben. Du witzig. Du witzig. Dagger! Alter, die Krallen sind die Beste. Lalalalalala. Lalalala. Ich zerhexel euch alle, Junge. Da steht noch so ein Spaß. Sandtrinas Pfeil. Das sind wahrscheinlich spezielle Pfeile von... Für irgendwas, von irgendwas. Das ist nicht unser Freund. Das ist noch unser Freund. Kapuze! Eine Kapuze! Dann zeig mal, was sie kann. Hat noch mehr Gewicht. Macht mehr... Mehr körperliche Abwehr. Ein Punkt mehr. Magisch Feuer. Macht ein wenig... Ja, aber okay. 0,2. Dann nehmen wir noch normale Rolle. Ein wenig dornenbuschig hier. Ich meine, zur Not kann ich das... Oh. Das Schutzschild ausziehen. Okay. Besser du fällst als ich. Ähm... Wie rum steht der? So rum. Äh... Ich hab Angst. Däger. Ich bin in der Schmetterling. Alter. Ich dachte gerade, der Geist hätte es kaputt gemacht. Aber ich glaube, das war ich selber. Er sitzt da oben. Ich bin in der Schmetterling. Denn... Because... There is something. Goldene Rune. Besser als nix. Dann ist auch noch was. Wurfdolche. Verschlossen. Ah... Oh boys. Dann kommt immer hier der nächste... Der nächste Punkt. Oder der nächste Shortcut. Ah, Ruinen. Der Feuer jetzt wäre irgendwo ein Loch im Boden. Was haben wir hier? Oh, was ist denn jetzt? Ah... Wie soll ich denn jetzt meine Sachen wiederholen? Ich muss alles neu machen. Ich muss alles neu machen. Krallen sind schon geil. Krallen sind schon geil. Oh, jetzt muss ich zu diesem fucking Ritter da oben kommen Oh ne, ich bleib hier, das hat letztes Mal gut geklappt Das Ding ist, der Ritter der ist halt in so einem extra Raum der halt verschlossen ist Ich kann jetzt nicht meine Sachen holen und mich verpissen, quasi Der überlebt das Vielleicht werde ich den Ritter mit Schwert und Schild spielen müssen Weil mit den Waffen hier bin ich noch nicht geübt Na komm, wirf mal Jetzt Nochmal Okay, einmal durch Jetzt ist natürlich der Typ da vorne Okay, eigentlich ist es gar nicht so schwer zum Ritter zu kommen Dann sollen wir da noch einmal den Und dann sind wir ja schon wieder beim Ritter Aber Wir kommen trotzdem nicht an die Sachen Dann lass uns so zocken Kann ich nochmal raus Okay, lass uns mal raus Lass uns hier kämpfen Yo Yo Alter, der geht ab Nein Nein Diese Hayopai Wie machen wir den am besten Oh, ich hab jedes Mal Schiss Wenn ich oben wieder an den drei Kapuzenwürmern sterbe Dann sind meine ganzen Seelen weg Und dann sind wir ja schon wieder an den drei Kapuzenwürden Und dann sind wir ja schon wieder an den drei Kapuzenwürden Ich bin der Schmetterling Ich weiß nicht, ob ich den da killen muss Weil ich weiß nicht, ob der Mich irgendwann überrascht Wenn der mich oben hört Wenn die Fässer explodieren Dass er dann quasi von hinten kommt Während ich mit den anderen Boys kämpfe Das wär nicht so geil Deswegen mach ich den lieber mit Die Clown sind echt Knorke, muss ich sagen Dann muss ich doch mehr auf Geschickt spielen Ob man seine Stats zurücksetzen kann Einmal werfen Okay Glassplitter Was machen wir denn damit? Vielleicht wieder für diese Für Diese Leuchtsteine, die man auf den Boden legen kann Stirnband Der kommt doch schon, oder? Ich hör Steps Boah, das ist gruselig, Alter Ich hör die Steps aber rechts Das ist doch er Digga Er killt mich mit einem Schlag Und ich kann ihn nicht killen mit einem Schlag Vielleicht müsste ich die Tür da aufmachen Okay, Leute Was, ich spiele jetzt 45 Minuten Nee Viertel vor elf Lass uns doch mal die Sachen holen Und dann vielleicht nochmal Level skillen Und den unseren Zauber skillen Also quasi unsere Sachen holen Alter Einmal die Sachen holen Und uns Und uns aufhärten Und das sollten wir jetzt hier Easy hinbekommen Oh Mann Was der jetzt nicht hört Ich bin voll laut Vielleicht kann ich auch meine Meine hier Diese Wolverine Clown Ein bisschen aufhärten Wenn ich Hilfe brauche Sag Bescheid Oh Gott Ähm Ja, was heißt Hilfe? Ich kann mir ja Hilfe Stimmt, ich kann mir ja Hilfe holen Bei dem Typ da, oder? Aber ich kann nicht Aber ich kann nicht Aber der hat mir weh getan Weg, 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 weg Oh, ich dachte Der wirft nochmal Aber ich kann ja hier Niemand hinrufen Einfach so, oder? Hat er mich gesehen? Wenn ich jetzt hier Mehr Spieler So ein Ding Ne Wahrscheinlich geht das gar nicht Und ich kann jetzt hier auch nicht Einfach mehr Spieler Jemanden hier hinrufen Was sind eigentlich Herbeirufungsreserven? Nur an aktivierte Reserven Werdet ihr gerufen? Reise zu dieser Herbeirufungsreserve In der Welt Und was ist das? Achso, damit mache ich Die Zeichen auf den Boden Und damit rufe ich mich Biete ich mich an Um in andere Dinger zu Ich könnte mal ein Zeichen Da hinlegen gehen Ja, ne Ich probiere es nochmal so Das ist jetzt hier zu umständlich Also ich muss meine Seelen holen Die wo auch immer liegen Die Bei ihm liegen Digga, ernsthaft? Äh Ich habe einen rostigen Schlüssel Autsch Wechsel die Waffe Oh Gott Das war dumm Der zweite Schlag ist so dumm Das gibt's noch mal Das gibt's nicht Hab ich ihn? Ich höre Steps irgendwo Ich sehe halt hier gar nichts Ich habe auch keine Fackel Ich habe Angst vor der Truhe Ich habe jetzt glaube ich Aber einfach nur den Schlüssel Für die Für die Für das Tor unten Ey wehe Das killt mich Krummschwert Talisman Gibt's hier noch was? Das wird einfach der Schlüssel Für unten sein Warte nochmal die Tür Hier Boah Ich meine Das ist jetzt ein Shortcut Aber Verbessert Abwehrkonter Verbessert Abwehrkonter Brauche ich das? Ist die Frage Katze flippt schon wieder aus Wie viele Seelen habe ich? 3000 Wie viel brauche ich Für das nächste Level? Unbezahlbar Ha Hast du gedacht Du Lappen Feuer fett Wie kommt man denn da hin? Boah Ich bin eigentlich drauf und dran Zurück zu gehen Was ist das für einer? Oh Gott Oh Gott Da hinten wäre mal ein Leuchtfeuer Ah da stehen die Dullis Unhalten Wache Ziegelhammer Ey jetzt kriege ich aber hier Waffen Sag mal Kann ich Kann ich noch nicht tragen Weil mir wahrscheinlich Stärke fehlt 31 Stärke Abwehr Schadensresistenz Ich will ja hier die Waffe mal tragen Skaliert halt mit Schick Geschick Ultra gut Ähm Da war doch eben Da war doch eben ein Item Wo ich dachte Wie kommt man denn da hin? War das hier? Boah Leute Das Game macht mich Wahnsinnig Also hier ist Ne das Item hab ich geholt Das war da Okay Dann einmal hier rüber So da oben liegt noch was I don't know How to Erreich das Ne Wenn ich da runter falle Komme ich niemals hoch Okay Moment Vorsicht links Hinterhalt voraus Daher Vorsicht links Aha Aha Wer Wer ist hier dahinter halt? Du Lappen Das ist ein Gegner Aber hier ist kein Gegner Silberner Federtierfuß Keine Geheimgang voraus Aber Priester Nachricht Den hinterhältigen Turner Alter Es geht ab Hm Boah ich will einfach nur So ein fucking Leuchtfeuer irgendwo haben Und ich wäre einfach zufrieden Aber jetzt kommen hier bestimmt Wieder irgendwelche Mistviecher vom Himmel Die mir gleich den Chaos machen Man ist halt irgendwie Manchmal einfach so Einfach so tot Einfach so Sofort So blip Tot Oh man ey Bist du von irgendwelchen Geiern angefallen? Ein Pilz Ja herzlichen Dank Was ist das? Hm Warte mal Ist das das Loch? Nein Okay Wir gehen die Treppe hoch Spingen sie natürlich um die Ecke Bevor wir um die Ecke gebracht werden Da höre ich doch einen flanieren Und den widmen wir uns gleich Ah Mist Ja Okay Das habe ich mir auch gerade gedacht Oh ja Hör auf Turner Also hier Hier ist es Schon ein bisschen widerlich Oh Gott Ist es der einzige? Ja Bruder, Bruder Das ist mein letzter Heiltrank Ich bin tot Ich wusste es Ich hatte aber auch zu wenig Heiltränke jetzt Ich hatte zu wenig Heiltränke Und das war mein Problem Hätte ich ja mal zwei, drei mehr noch gehabt Digga Guckt euch an Wo ich jetzt wieder bin Also beim nächsten Leuchtfeuer Müssen wir uns auf jeden Fall umdrehen So jetzt kommt der rechte Nazi Hade Ey Mach keinen Scheiß Ich habe den ersten Heiltrank schon wieder verbraucht Egal Egal Wir müssen unsere Dinger wiederholen Wir haben ja jetzt den Shortcut freigeschaltet Wir müssen jetzt quasi ja nur Hier die beiden Torfen Nockel Killen Ne Ich kill Ich weiß nicht ob der da kommt Und ich weiß nicht wie stark der ist Oh Gott Okay der ist nicht so stark Aber trotzdem Ich habe immer Angst Dass der mir dann in den Rücken fällt Während ich versuche Nach da oben zu kommen So und jetzt muss ich ja theoretisch Nur an den zwei Boys vorbei Werf mal Werf mal Der andere auch Ah dann wirf du halt nochmal Digga wo wirfst du denn hin Okay dann so Meine ganzen Seelen sind weg Meine ganzen fucking Seelen sind weg Von allen Gegnern die ich jetzt zwei dreimal gekillt habe Sind sie alle weg Alter das kann nicht wahr sein Wann war das eine Stelle Die ich hundertmal schon gemacht habe Warte mal der hatte noch was Egal wir haben aber noch Wir haben aber noch ganz viele so Dinger Die ich in meinem Montag habe Und die wir quasi auspacken können Um mal ein bisschen Geld noch zu haben Ich renne jetzt durch Ist mir egal Ich habe jetzt eh nichts mehr 400 Seelen hier Jetzt wirf doch mal richtig hier drauf Ah ja Okay Ähm Gab es hier jetzt überhaupt noch einen Gegner? Wie willst du es noch bitterer machen Pizzadrache? Sagst du mir dass jetzt da noch mehr von diesen Rittern kommen? Oder blöder Assi Ich habe den Typ vergessen Ich habe den Typ vergessen Okay wir müssen so kämpfen Ja das habe ich mir schon gedacht Dass da ein Bonfire kommt Weil ich glaube das war so der letzte starke Gegner Den man besiegen muss Um zum nächsten Speicherpunkt zu kommen Egal wir kümmern uns jetzt um den Kostet was wolle Alter Ich habe Scheiße gebaut Trink noch einen Boah du Nazi alter Junge Ja Bam Da kannst du mal runterfallen Ach hier werden keine Gegner ignoriert Hier wird alles kaputt gesmasht Guck mal ein ganze Fässer voller Bolzen Ich kann mir keinen rausnehmen Wofür ist das? Das ist ein Aufzug für ganz nach unten Ich habe keine Ahnung was hier alles ist Ich gehe jetzt immer noch eine Treppe hoch gucken Oh Gott Eine versteckte Area Okay Feuer fährt an Kordel Das klingt wie so Codenamen Feuer fährt an Kordel Feuer fährt an Kordel du will bitte kommen можно Oah du kannst mir die Gnade nicht mehr nehmen du Schwein Warte mal ich kann doch hier meinen He 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 Was ist denn hier? Feuer fährt an Kordel. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier überall hin muss. Warte mal. Also hier geht es lang. Also das kann ich jetzt erstmal machen. Dann wird wahrscheinlich der Ritter unten wieder da sein, aber das ist mir schon mal egal. So. Ich kann jetzt meine Weisheit nicht einmal skillen. Okay, scheiße. Ich muss ein Level für die Weisheit machen. Damit ich meinen Skill benutzen kann. So. Jetzt schauen wir erstmal. Was ist das hier? Hier ist ein Aufzug, der keine Ahnung, wohin führt. Hier ist ein Aufzug, der auch keine Ahnung, wohin führt. Hier geht es nochmal hoch. Da kommt jetzt der Schildfrickel nochmal. So, komm mal her. Okay, das war wack. So, wer will denn da hinten was? Wie komme ich denn da hin? Kannst du mich verarschen? Also hier scheine ich schon mal ganz oben im Turm zu sein. Äh, wie kommt denn der da rein? Wie kommt denn der da hin? What? Wie kommt man da hin? Muss ich den Aufzug hochfahren? Ah. Lappen. Wurfdolche. Super, dafür bin ich jetzt hingewiesen. Okay, da ist noch so ein Frickel Oh, Alter, hätte ich Wenn ich das mal so erleben darf hier Jump and Run by Dark Souls Beziehungsweise Elden Ring Das ist für mich eigentlich auch schon Einfach wie Dark Souls ist mit Open World Digga, da tritt der mich Oh, ich dachte Gegner Ich habe jetzt keine Ahnung Kann der mich hier sehen Das ist keine Ahnung Ah, hier sitzt einfach einer Ist auch von den gleichen Machern Ja, ist schon klar Nur, es hat schon Also für mich hat es schon sehr viel Ähnlichkeit mit Dark Souls So generell Weil Sekiro ist auch von den gleichen Machern Aber Sekiro fand ich ganz anders Wobei ich muss sagen Jetzt no Front Aber Sekiro fand ich noch geiler als das hier Also hier ist es halt geil Wegen der Open World und sowas Was soll ich jetzt hier? Das ist einfach eine Mauer mit Gegnern So auf den Mauern rumlaufen oder was? Was bringt das? Warum sehe ich die Gegner nicht? Also die Mauer Also Normal, wenn ich doch den Blutfleck berühre Sieht man doch, wie der andere stirbt Oder nicht? Nein, niemals muss man da hinspringen, oder? Und dann da runter Und dann da Da lang Dann nach da hinten Ich bin jetzt hier Es ist halt die Frage Muss ich nach da? Oder wo muss ich hin? Man kann hier runter Runter aufs Dach springen Schauen wir mal, was hier so ist Okay Ah, da könnte man über die Mauer hüpfen, glaube ich Ob das hier richtig ist Oder so gewollt ist, was ich hier mache Okay, hier kann man aber hoch Steinschwertschlüssel Okay, jetzt haben wir schon zwei von den Dingern Und jetzt? Okay Alter Was ist denn das? Ey Mit gekreuzen Ey, wie kann man Also hier diese Emotes machen? Ich dachte immer Das geht mit diesem Trackpad Wohin gehe ich hier eigentlich? Da unten ist eine Tür Hier geht es runter anscheinend Ach nee, da ist wieder so ein Ritter Oh, da ist ein ganzer Hof voller Leute Da wird es rumgehen Hier könnte man auch hoch Da hinten würde man aber auch hoch können Ich kann mich nie entscheiden Oder kann man, hier kann man wahrscheinlich nicht hoch Doch, kann man Da sind Ratten Okay, da liegt was Ich habe Irgendwann falle ich hier runter Schmiedestein Das ist schon mal geil Dann können wir schon mal unsere 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 Clown Scalen Wenn ich halt wüsste Wo ich lang muss Also jetzt Ich kann theoretisch Könnte ich jetzt da oben hoch Und ich könnte Also hier ist ein Gang Weil ich könnte auch hier lang So, wenn ich jetzt hier runter springe Habe ich Angst, dass ich nicht mal hochkomme Das heißt, wir schauen uns erstmal Lieber erstmal nach oben gehen Sag es auch oben Okay Und was ist da? Kein Mist voraus Ich falle hier runter Ich sehe es kommen Wollen wir halt hier so Ecken An der Wand sind Boah Willst du mich verarschen? Okay Also ich weiß nicht Ob man sich da unten Durch die komplette Burg Noch prügeln muss Aber noch sind wir erstmal Nicht da unten Und ich hoffe Wir müssen auch nicht da runter Und wenn Dann können wir das im Nachhinein Also da sind ja jede Menge Typen Die irgendwas bewachen Und das was sie bewachen Das will ich wahrscheinlich haben Vielleicht ist es der Elden Ring Und dann habe ich das Spiel durchgeschafft Das wäre doch mal was Okay Okay, also das war schon mal whack Lass mal gucken Ob das hier vielversprechender ist Wie geil er auch springt Also Super Mario-like Okay, da haben wir einen sitzen Wie Alkoholiker Lassen wir den erstmal sitzen Und nicht mein Freund Ist das normal, dass es so viel Schaden macht Oder denke ich das einfach nur Jetzt Tränen Tränen ist das ein Versteck Was wollen sie von mir Hier ist eine Leiter Hoch voraus Hoch soll er leben Hoch soll er leben Ich habe jetzt schon wieder Angst Alter Toll Misticher Clown-Talisman Rüberspringen Kann man hier rüberspringen Okay Hier ist schon mal ein Nein Hier ist schon mal ein Nein Alter Ihr Mistvögel Scheiße Was kann denn der Clown-Talisman Verbessert Sprungangriffe Eigentlich ganz geil Weil parieren tue ich eh nicht Sprungangriffe mache ich schon mal eher Also Da hinten ist ein fetter Typ mit Keule Wenn ich jetzt wüsste Aus welcher Richtung ich kam Warte mal Aus der Richtung kam ich Aus der Richtung bin ich gekommen Ah da ist der tote Vogel Muss ich wahrscheinlich in die Richtung So ist hier oben noch irgendwas Kann ich hier irgendwas machen Ist wie Assassin's Creed Like irgendwo in so ein Stroh Ding springen oder Ist es hier eher so ein Ding Bleibt ruhig weitergehen Also hier kann ich nicht Also kann ich schon runter Aber dann bin ich tot Okay Also ich habe jetzt Ne Talisman bekommen Und das war es jetzt hier oben Oder wie Ah Und hier unten geht es quasi Was ist aber da Hier unten wäre der nächste Weg Och ne Da sitzt irgendein Typ drin Was ist das für eine Halle Alter ich bin der Wolverine Auf dem Dach Junge Dunkelschmiedestein Oha Was ist das Hier brauche ich wieder so Das ist doch ein Bossgegner oder Ich habe noch vier Tränke Das ist doch die Spinne Von der Die geredet hat Was Was ist das denn jetzt Äh Lol Hier bin ich Ah Okay Also wir haben jetzt Ganz unten Wenn wir mit dem Aufzug runterfahren Dann kommen wir zum Spinnentyp Wir haben Ey Wir brauchen noch ein paar Punkte Wir brauchen nur ein paar Punkte Was ist denn mit dem Aufzug hier Gerät bewegt sich nicht Wie viel hat denn der Typ gegeben eigentlich Oh Gott Oh Gott Ich will es gar nicht wissen Ich bin so ein Affenkopf Ich bin gleich schon wieder tot Warum renne ich denn jetzt hier runter Alter Alter Guck mal da kommt der Assi raus Und hilft ihm noch Jetzt muss ich an dem vorbeischleichen Und mir meine Punkte wiederholen Hm Jetzt auch noch verloren hätte Würde ich aber ausrasten Und du bleibst hier schön sitzen Wenn ich gleich Gegen den Feld bin Wie viele Punkte gibt der denn 81 Hä Verliert man Punkte Wenn man Wenn man stirbt Ich hatte doch eben irgendwas Mit 3000 Hatte eben irgendwas mit 3000 Punkten Jetzt habe ich nur 2000 Oder nicht Wie viele Punkte Ich kann mich nicht wehren Ich kann mich nicht wehren Ich kann mich nicht wehren Digga Geh doch weg Roll doch Roll Alter Guckt euch seine Leben an Ich hab jetzt 2300 Punkte Wenn ich jetzt meine Punkte wiederhole Guck ich wie viel ich hab Jetzt hab ich 2300 Minus bekommen Das kann nicht sein, dass ich den Typ da nicht besiegen kann Wo sind jetzt meine Punkte? Da 1600 Ah, das ist doch behindert Das ist doch total Alter, man verliert ja Punkte, wenn man stirbt Ich hab fast 800 Punkte verloren Okay, aber hier weiter zu spielen ist kacke Und wenn ich keinen Zauber hab Ich mein, hier bin ich ja jetzt schon mal gut aufgestellt Warum zeigt mir der eigentlich an Ich muss nach da Ist dann der Also ist der hier falsch Muss dann hier noch irgendwas sein Oder sagt der mir hier, ich bin richtig Weil der sagt ja hier nach links Wo kann man denn, wo kann man denn gut was farmen Ich geh mal hier hin und wir gucken mal da oben noch Also bevor wir da mit dem Ding weitermachen Ich brauch erst ein Level Ich brauch noch ein Level Damit ich mein, äh Was ist denn das? Achso, okay Ich brauch noch ein Level Damit ich mein Zauber benutzen kann Digga, sein Pferd hat mich einfach getreten Alter, sein Pferd hat mich Also die Waffe ist cool, aber nicht immer So, aber hier oben haben wir noch nicht erkundet Was, dann, was denn das? Das ist doch wieder so ein Lager Ah, hier ist auch so eine Statue Kann ich hier nicht aktivieren? Ne, okay Ich mein, der hat hier einfach einen Hund Hat er mich gesehen? Okay, das hat die Frage übrig Komm, kleiner Köter Dünne Bisschenknochen Lass uns den auch noch besiegen Alter Geht's? Okay Da steht so ein Bello Und ein Hund Guck mal hier irgendwie hoch Durch Aha Also wenn ich viel bringe Schreit einer Kann man nicht irgendwie was werfen Oder so Feuer topft Ah, geil Herzlichen Glückwunsch Digga, was? Wie kann ich denn so ein Typ sterben Komm Wir machen eine Offensive, Leute Ich habe jetzt schon wieder meine Punkte verloren Und ich spiele jetzt so lange, bis ich ein Level abhabe Und dann gehe ich nämlich auf Und es reicht mir jetzt nämlich Wir kommen Ich komme jetzt mit der Armee Wir fallen jetzt mit der Tür ins Haus Ah, das war weg Kommt, meine Brüder Mann Wie seh doch den Wolf an Alter Ich will mich heilen Einfach nur Ich bin tot Ich muss meine Ich muss meine Dinger wiederholen Da Okay Das gibt's nicht Das gibt's nicht Alter, der hat mich erstochen, als ich auf dem Boden lag 3200 Vielleicht muss ich doch die Würmer Äh, die Wölfe holen Machen wir das altbewährte Die machen ja gar keinen Schaden Lass mich ausweichen Lass mich ausweichen Also die Wölfe sind echt whack Das ist unglaublich Da kommt noch so einer Da kommt noch so einer Komm, 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 komm Okay Realien sammeln Was macht der Hier in der Schmetterling Ach, das war's jetzt hier, oder was? Herber Hatte nicht erwartet Das Feuer Ach, da oben ist so ein Typ Aha Und da hinten geht's in das andere Gebiet Hier ist so eine Fugend Schlucht Mit einem Tor, was da unten halb offen ist Das ist ein wolfiges Wolfsrudel Ach, da unten halb offen ist Ach, da unten halb offen ist Oh, da unten halb offen ist Ich kann mir ein Level ableisten. Aber ich will trotzdem noch kurz hier fertig erkunden. Oh, da ist wieder so ein komischer ein Spacko. Da kommen noch mehr Spackos. Okay, das geht dann da hoch. Jo, so einen haben wir schon mal platt gemacht. Ach du Scheiße, wo geht's denn da hin? Es ist halt immer die Frage, braucht man das? Also, bringt das was, wenn ich das jetzt hier erkundige? Weil das ist doch wieder hier eine... Ah, der fällt da in die Bäume da hinten. Das ist doch hier wieder so eine Statue, die... Die will, dass man da runter geht. Führer und Torwächte, all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Also mit Wurzeln meint der wahrscheinlich, dass man da runter muss. Und warum kann ich nicht die Karte aufrufen gerade? Okay, das ist dann... Da unten drin irgendwie. Ja, egal. Wir markieren uns das. Ich meine, der Typ ist ja markiert. Oder wir machen uns... Wir machen uns einen Marker. So, hier. Da müssen wir hingehen. Ach ne, das braucht... Ja, doch. Schauen wir mal noch da drüben. So, da unten kann man auch wieder hochjumpen. Hier möchte ich auch wieder so einen Mistkäfer rumtrampeln. Rumglitzern. Das ist ne motherfucking Qualle da unten. Oh! Ja. Das kommt ja wie gerufen hier. Stufenaufstieg. Weisheit. Haha. Geschick. Ich kann nur einmal Weisheit machen. So. Zauber erlernen. Schimmersteine. Und die sind jetzt wo? Da oben. Aber jetzt muss ich ja auch am besten mal... ...die Flaschen nochmal verteilen. Dass ich mir auch so ne... ...dass ich auch so eine dabei hab. Ob das ein Bossgegner ist? Geheimnis voraus. Jo, voll viele so Quallen. Jetzt sind sie ja alle rot. Und... ...i, was ist das denn? Boah. Irgendwelche komischen Blobbelviecher. Hüftblüte. Hüftblüte. Okay. Okay. Wir stehen also immer wieder auf. Aber man muss sie killen, wenn sie auf dem Boden sind. Ja, was... Was soll das? So. Aua. Hier bin ich ja jetzt... Hier bin ich ja jetzt da, wo man... ...über diese... ...über diese Felsen hin... Ach, was ist denn da? Da ist ne Tür. Aua. Mann, diese... ...Schleimscheißer. Was ist denn das? Okay, da können wir rein. Das ist doch das, wo mannig im Piste da oben hinge... ...gezeigt hat. Trübflusskatakomben. Also wenn jetzt hier nicht einfach ein Boss drin ist, dann... ...ah, nicht die Spackos wieder. Junge, jetzt reicht's mir. Hast du Glück, da ist keine Ausdauer mehr ab. Ja, okay. Merken wir uns mal Trübflusskatakomben. Die machen wir dann beim nächsten Mal. Da wird ja wahrscheinlich dann auch wieder ein Boss drin sein. Ich würde jetzt mal behaupten, wir fliegen jetzt einmal... ...ähm, wir haben jetzt hier den Wegpunkt. So, wenn ich draußen bin, dann kann ich ja theoretisch... ...keine Map benutzen. Kann immer noch keine Map benutzen. Fährt aber. So, wir werden reisen einmal zum Schmied. Ähm, nee, erstmal werden wir... ...einmal hier hin... ...und gucken, ob wir mit dem... ...mit diesen Schlüssel... ...mit diesen Steindingern das aufmachen können. Aha. Zwei Stück. Ich sag jetzt nicht, hier kommt ein Boss, wenn ich jetzt da runterspringe. Oh, nee. Lass uns zum Schmied. Okay, beim nächsten Mal werden wir da reingehen. Und... Oh, ich muss ja gar nicht hier hin. Und wir machen diese Katakomben. Und dann schauen wir echt mal, was da so abgeht. Jetzt müssen wir hier mal in die Kirche. Und in der Kirche können wir ja zu dem Schmied gehen. Richtig. Und können unsere Klauen mal aufpeppen. Weil die Klauen finde ich eigentlich ziemlich geil. Äh... Waffe verstärken. Schmiedestein 1. Wo kriegt man am besten Schmiedestein 1 her? Macht es möglich, weit in die Ferne zu sehen. Braucht man das? Nein. Gesprungener Topf. Braucht man das? Nein. Werkzeugsatz haben wir schon. Eine Fackel wäre, glaube ich, gut. Notizflasche der wundersamen Arznei. Eine Notiz mit wichtigen Informationen. Erweitert das Handwerksrepertoire. Und jetzt können wir noch ein bisschen was anderes herstellen. Was ist das? Feuer, sichere Trockenleber. Erhöht kurz die Resistenz gegen Feuerschaden. Okay. Gegen Feuerboss bestimmt nicht schlecht. Feuertopf mit Kordel. Knochen Feuerbolzen. Knochen Feuerfeil. Feuertopf mit Knochen Feuerfeil. Feuer fett. Waffenüberzug verursacht Feuerschaden. Schneller Waffenüberzug. Wo man das braucht, weiß ich nicht. Feuertopf mit Kordel. Nach hinten werfen verursacht Feuerschaden. Feuertopf mit Knochen Feuerfeil zu verursachen. Ja, ansonsten kann ich jetzt hier nicht mehr viel machen. Was ich halt noch machen könnte, wäre... Mal nochmal über die Asche gucken. Und... Hm. Sturmstampfer. Ja, haben wir jetzt einiges gelernt, aber bringt uns immer noch nichts. Gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen... Ich mache einen Abflug. Stufe 24. Wir speichern und hauen ab. Und dann... Ja, geht's beim nächsten Mal weiter.